Daniel Luke Zellman ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent. Leben und Karriere 2004 war er zusammen mit John Coughlin, Michael Mayer und Edward Nehomeyer an dem Drehbuch So Anacondas, Die Jagd nach der Blutorchidee beteiligt. Zusammen mit Coughlin hält er bereits 2000 Dekasekunden Drehbuch So Anacondas, Tödliche Brut geschrieben. 2008 war er zusammen mit Andy Tennant und John Coughlin an dem Drehbuch So Ein Schatz zum Verlieben beteiligt. Zusammen mit Todd A., Kessler und Glenn Kessler war er als Produzent und Drehbuchautor für die Serien Damages im Netz der Macht und Bloodline verantwortlich. Zusätzlich führte Zellman bei zwei Folgen von Damages 2010 und 2012 Regie. Zellman war von 2000 bis 2012 mit der Schauspielerin Debra Messing verheiratet. Zellman und Messing hatten sich während ihrer gemeinsamen Studienzeit an der New York University kennengelernt. Aus der Ehe ging ein Sohn hervor. Zellmans jüngerer Bruder Aaron Zellman ist ebenfalls Fernsehproduzent. Filmografie Als Schauspieler 1993 Low & Order 1996 Milk & Money 1996 Ned & Staschei 1997 Prison of Secrets 2000 Praktis die Anwälte Praktis die Anwälte Praktis die Anwälte